Herzlich Willkommen! Sie hören eine Sendung der Kirchen in Teterow. Heute spricht Alexander Lemke zu Ihnen, Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Teterow. Wie sieht es im Himmel aus? Jakob, der Sohn Isaaks und Rebekkas, war ein Mensch, der am liebsten immer irgendwo anders gewesen wäre. Wenn er zu Hause war, wollte er von zu Hause weg sein. Wenn er unterwegs war, wollte er nach Hause. War er in einem Tal, wollte er auf einen Berg und war er auf einem Berg, wollte er in ein Tal. Wenn er einen Fluss hinabschwamm, dachte er an eine Wanderung in der Wüste. Jakob war einfach nie mit dem Ort zufrieden, an dem er sich gerade befand. Eines Nachts, als Jakob von zu Hause weggegangen war, um irgendwo hinzugehen, wo es ihm vielleicht besser gefiel, schlief er ein und hatte einen erstaunlichen Traum. Jakob träumte, er stünde am Fuße einer hohen Leiter, deren unteres Ende auf der Erde stand und deren oberes Ende bis in den Himmel reichte. Engel kletterten auf der Leiter hinauf und hinunter, aber weil die Leiter so alt und so schmal, so morsch und so wackelig war, konnten die Engel nicht gleichzeitig hinauf und hinunter steigen. Zuerst mussten einige Engel ganz hinauf klettern, dann konnten andere Engel ganz hinunter klettern. Ein Engel am oberen Ende schwenkte dann jeweils eine orangefarbene Flagge und rief, bitte die Leiter freimachen, Engel aufwärts unterwegs. Wenn die Engel wieder in den Himmel hinauf wollten, schwenkte ein Engel am unteren Ende eine orangefarbene Flagge und rief, bitte die Leiter freimachen, Engel aufwärts unterwegs. Es war ein komisches System, aber es funktionierte. Jakob sah das alles und dachte bei sich, der Himmel soll ja angeblich ein vollkommener Ort sein. Ich wette, dass ich dort glücklich wäre. Ich klettere einfach diese Leiter hinauf und schaue mir einmal an, wie es im Himmel aussieht. Jakob schlich sich hinter eine Gruppe von Engeln, die darauf warteten, die Leiter hinauf klettern zu dürfen. Wenn der Engel am unteren Ende seine orangefarbene Flagge schwenkte und rief, bitte die Leiter freimachen, Engel aufwärts unterwegs. Jakob wartet ab, bis der letzte Engel in der Schlange die Leiter betreten hatte. Dann rannte er hin und begann ebenfalls die Leiter hinauf zu klettern, so schnell er nur konnte. Aber die aufwärts strebenden Engel kamen so schnell voran, dass Jakob beim besten Willen nicht mithalten konnte. Bald war er ganz allein auf der wackeligen alten Leiter hoch oben am Himmel. Die Leiter schwankte und drehte sich im Wind und Jakob konnte sich nur mit Mühe daran festhalten. Dann schaute Jakob nach oben und sah über sich ein Engel auf der Leiter, der abwärts unterwegs war. Der Engel prallte mit Jakob zusammen, hätte ihn fast von der Leiter gestoßen und rief aus, was zum Kuckuck machst du denn hier und wer zum Kuckuck bist du überhaupt? Ich heiße Jakob und bin ein Mensch und ich klettere die Leiter hinauf in den Himmel. Der Engel sagte, aha, ich will dir mal was sagen, Herr Jakob, Mensch, der meint, er klettert in den Himmel. Menschen können erst in den Himmel, wenn sie gestorben sind und dann kommt nur ihre Seele hinein und nicht ihr bleib. Da du eindeutig nicht tot bist, kommst du auch eindeutig heute nicht in den Himmel. Ach bitte, lass mich doch den Himmel sehen. Bitte, 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 bettelte Jakob. Du hast so viele Gelegenheiten zur Erde hinunter zu klettern und das ist vielleicht meine einzige Gelegenheit, in den Himmel hinaufzuklettern. Der Engel dachte einen Augenblick nach und sagte dann, naja, du träumst das alles und das heißt, dein Leib ist noch immer dort unten auf der Erde und den größten Teil des Weges zum Himmel hast du auch schon hinter dir und wenn ich hinter dir hinunter klettere, dauert das wahrscheinlich länger, als wenn ich dich vollends hinaufklettern lasse. Also, okay, ich werde dir den Himmel zeigen, komm mit. Hurra, jubelte Jakob, ganz außer Atem und kletterte auf der Leiter zwischen Himmel und Erde immer weiter hinauf. Endlich hatte es Jakob geschafft und den Himmel erreicht. Das wusste er aus zwei Gründen. Erstens war das der Ort, an dem die Leiter aufhörte und zweitens gab es dort ein großes Schild auf dem Stand, dies ist der Ort. Willkommen im Himmel. Jakob ging über einen Hügel mit einem großen Leuchten und dann sah er es. Der Himmel war der schönste Ort, den er je in seinem Leben gesehen hatte. Es gab Hügel und Täler, klare Bäche und grüne Wiesen. Überall waren Menschen in Grüppchen unterwegs und sprachen miteinander. Jakob fragte den Engel, wer sind all diese Leute? Das sind die Seelen von Menschen, die gestorben und in den Himmel gekommen sind. Hier treffen sie dann die Seelen all der Menschen wieder, die sie geliebt haben und die vor ihnen gestorben sind. Gibt es hier auch Hunde? fragte Jakob. Sicher gibt es hier Hunde, lachte der Engel und Katzen und Papageien und Wüstenspringmäuse und Hamster. Die Teiche sind voller Goldfische, die aus Versehen die Toilette hinuntergespült wurden, wenn die Kinder nicht aufgepasst haben. Aber hier im Himmel jagen die Hunde nicht die Katzen. Die Katzen zerkratzen nicht die Möbel, die Hamster wollen nicht weglaufen und die Goldfische landen nie aus Versehen im Klo. Donnerwetter, murmelte Jakob. Dann sagte er, ich bin hungrig vom langen Klettern auf der Leiter. Gibt es hier im Himmel etwas zu essen? Was isst du denn am liebsten? fragte der Engel. Ich mag wildwachsende Himbeeren, antwortete Jakob. Und schon erschien schwupp ein Tisch mit einer großen Schüssel Himbeeren vor Jakob. Praktisch, meinte Jakob, als er sich die Himbeeren einverleibte. Man braucht sich nur etwas zu wünschen und schon hat man es. Ganz genau, sagte der Engel. Kein Wunder, dass jeder hier hinein will, dachte Jakob. In der Ferne sah er einen hohen Berg und sagte, wie es wohl auf dem Gipfel dieses Berges aussieht. Da stand Jakob Hui schon auf dem Gipfel des Berges und schaute auf die Hügel und Täler des Himmels hinab. Im Himmel braucht man sich nur zu wünschen, dass man irgendwo ist und Hui ist man schon dort. Deshalb brauchen wir hier oben auch keine Autos oder Züge oder Flugzeuge oder Fahrräder, sagte der Engel. Was für Spiele habt ihr denn hier? erkundigte sich Jakob. Wir haben alle Spiele, die ihr unten auf der Erde auch habt. Nur gibt es hier keine Videospiele, bei denen man etwas abknallt. Abknallen ist im Himmel nicht erlaubt. Es gibt hier auch keine Spiele, bei denen man jemanden besiegen oder selber verlieren kann, denn das Gewinnen kann die Menschen stolz machen und das Verlieren traurig. Und Gott will die Menschen im Himmel weder stolz noch traurig haben. Und natürlich gibt es auch keine sportlichen Ringkämpfe im Himmel, weil wir hier oben nie so tun, als ob. Alles, was Jakob herausbrachte, war Donnerwetter. Und Donnerwetter sagte er an diesem Tag noch oft. Die nächsten Stunden brachte Jakob damit zu, sich von einem Ort an den anderen zu wünschen, eine Menge wild wachsender Himbeeren zu essen und mit dem Engel eine Art Tennis zu spielen. Beide schlugen dabei den Ball sehr sanft über das Netz und es wurde nicht gezählt. Nach dem Tennisspiel setzte sich Jakob hin und stützte den Kopf in die Hände. Der Engel kam zu ihm, setzte sich neben ihn und fragte, was ist los? Jakob zuckte die Achseln und sagte, ich weiß nicht, alles ist wirklich wunderbar hier im Himmel, aber ich bin einfach nicht froh. Auf der Erde haben wir auch wild wachsende Himbeeren, aber sie hüpfen nicht einfach in eine Schüssel, so oft man welche haben will. Man muss sie suchen gehen und pflücken. Das ist das Hauptvergnügen, wenn man Himbeeren essen will. Auf der Erde haben wir Berge, aber man kann sie nicht einfach auf einen Gipfel hinauf wünschen. Man muss die Berge erklettern und gerade das Klettern gibt einem ein herrliches Gefühl, wenn man oben angekommen ist. Auf der Erde haben wir Spiele, aber bei diesen Spielen kann man gewinnen oder verlieren und es macht Spaß, sich anzustrengen, damit man gewinnt und es ist gut, wenn man verlieren lernt, weil man dabei auch lernt, sich beim nächsten Mal mehr anzustrengen. Ich mag auch Hunde, die Katzen jagen und ich mag sportliche Ringkämpfe. Es tut mir leid. Der Himmel ist sehr schön und eines Tages werde ich bestimmt gerne hierher kommen, aber vorläufig kann der Himmel noch warten, bis ich mein ganzes Leben auf der Erde gelebt habe. Ich möchte jetzt nach Hause gehen. Ich möchte nach Hause. Ich möchte nach Hause. Ich möchte... Jakob erwachte je aus seinem Traum und blickte sich um. Er war froh, dass er aufgewacht war. Er war sehr froh, dass er am Leben und wieder auf der Erde war. Zuerst dachte er, er sei vielleicht noch im Himmel, aber da sah er einen Hund vorbeirennen, der eine Katze nachjagte und wusste, dass er wieder zu Hause war. Jakob ging zum Fluss, um sich tüchtig Wasser ins Gesicht zu spritzen. Dort meinte er, hinter einem Felsen eine orangefarbene Flagge wedeln zu sehen und jemandem sagen zu hören, mach die Leiter frei, Engel aufwärts unterwegs. Aber als er hinging, um nachzuschauen, war niemand da. Nach seinem Traum war Jakob ein anderer. Nach seinem Traum gefiel es Jakob überall, wo er gerade war. Er war glücklich in den Tälern und glücklich auf den Bergen. Er war glücklich, wenn er einen Fluss hinabschwamm und wenn er in der Wüste umherstreifte. Jakob war fröhlich, wenn er Himbeeren pflückte und fröhlich, wenn er einen Berg bestieg. Jakob war froh darüber, dass er am Leben war und er war froh zu wissen, dass einst, wenn er einmal nicht mehr am Leben sein würde, ein Ort auf ihn wartete, der sehr schön war, auch wenn es dort keine Ringkämpfe gab. Sie hörten eine Sendung der Kirchen in Tetro. Haben Sie Rückmeldungen oder seelsorgerliche Fragen, Sie erreichen uns telefonisch unter der Nummer 03 996 188 9996. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag. Bleiben Sie Gott befohlen.